Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Let's Play Warframe. Bevor wir zur neuen Cinematic Quest übergehen, beenden wir jetzt noch die San Andreas Inaros Quest. Heute möchte ich versuchen, so viel wie möglich diese komische Einheit da zu töten, die bei den Korpus rumläuft. Dafür müssen wir einfach nur bei Korpus den Alarm auslösen und dann soll die spawnen, hat man mir gesagt. Und genau das versuchen wir jetzt einfach. Gehen wir auch direkt rein, man hat ja hier nicht ewig Zeit. Ich hab mir jetzt einfach gedacht, ne Auslöschung, einfachster Missionstyp, gehen wir einfach da rein, lösen den Alarm aus und dann wird durchgeböllert. Und hoffentlich spawnt der Typ auch. Also man hat mir gesagt, er spawnt ab Rang 15, das war jetzt Rang 17 bis 19, und halt ist ein Korpus, so ein super Typ, halt dieser Roboter halt. Das was der, oder fehlt mir jetzt auch der Name, aber so ein anderer Typ bei den Befallenen war. Fuck, mir fehlt echt der Name. Was, das haben wir jetzt so lange gejagt? Vernichte alle Korpus-Sweats. Ja, das war jetzt das Ziel. Haaa! Elegant wie ihr und je, es ist einfach geil. Das ist aber nicht Ziel, wo bist du? Los, wo seid ihr? Ich muss, ich muss Alarm auslösen. So, jetzt warten wir, bis sie den Alarm auslösen. Sie lösen nicht den Alarm aus. Warum lösen die denn nicht jetzt denn hier eigentlich den Alarm aus? Verdammt nochmal. Das ist aber nicht Ziel der Sache. Okay, jetzt töten wir die hier erstmal. Was soll das denn? Oh, der rennt jetzt aber weg und löst dann den Alarm aus, richtig? Na endlich. Dann können wir jetzt hier ein bisschen arbeiten. So, jetzt schießen wir die erstmal. Nice, ich hab's echt geschafft. Ey, so schlecht schieß ich gar nicht. Wir sind natürlich auch nicht gut. Ist er da? Ne, das wäre lucky. Okay, wir sammeln hier den Mod auf. Hoffen, ein bisschen Energie zu bekommen. Dadurch, dass ich jetzt den gesamten Schild, wegen dem Schild, also für das größere Wohl opfern musste. Ah, hier ist hier das kleine Problemchen. Da, 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 da. Was war das? Okay, auf jeden Fall hab ich wieder ein Schild. Alles ist gut. Wann spawnst du, mein Lieber? Ist die Mission doch vielleicht doch zu einfach noch? Aber eigentlich soll sie es offiziell nicht sein. Hm, vielleicht ist sie doch zu einfach. Aber wir probieren es einfach aus, indem wir es hier durch die noch durchgehen. Und sonst suchen wir halt uns vielleicht doch einen anderen Planeten. Da bist du. So, jetzt dürfen wir doch noch nach oben. In dem Sinne, Jungs. In dem Sinne. Und damit hab ich das Schild wieder verloren. Obwohl, die sind ja jetzt egal. Wo bist du denn? Hä? Da. Der rennt jetzt erst auf nicht weiter hoch. Are you all... Holy shit, are you serious? Nice, 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 nice. Da ist der Bosa, da ist der Bosa. Wo ist der Junge? Da ist der Junge. Tot. Tot ist der Junge. Hä? Aber ich dachte, ich muss den töten. Muss ich den hacken? Ich glaub, eigentlich muss ich den nicht hacken. Wenn ich hacke, dann ist es kontraproduktiv, oder? Jetzt kämpft er für mich. Komm schon. Wo ist er hin? Ist er jetzt tot? Da kämpft er noch. Ich will wissen, wann er stirbt, damit ich weiß, ob er zählt dann als tot. Das ist mir jetzt grad wichtig. Okay, ist er tot, oder wie? Ich hab grad so ein bisschen ein Problem, was ich mit dem Bosa machen soll. Er ist tot, aber er hat nicht gezählt, glaub ich. Hä? Hallo? Das ist jetzt aber echt scheiße. Da muss ich gar nicht reinlangen. Hier, und da kann ich nicht rein, oder was? Sind das wieder neue Karten, die man hier erstellt hat? Hä? Vielleicht muss ich auch einfach da langen. Holy shit. Das war ne neue Einheit, glaub ich. Oh, wieder der Alarm ausgelöst. Ach nee, das ist ne neue Art von Alarm. Oh Mann, warum hat der Bosa nicht gezielt? Ich muss ihn doch töten. Das kapier' ich grad nicht so ganz. Und warum krieg ich kein Schild mehr? Jetzt hab ich hier ein Schild. Hä? Das ist doch alles Mist. Wie, ich kann das da eigentlich hacken? Shit. Das verwirrt mich grad echt. Holy shit, was mach ich hier grade? Ich will das jetzt noch beenden, um zu gucken, ob's vielleicht doch irgendwie gezielt hat. Und ich hab's nicht mitbekommen. Hä? Aber ich muss doch Bosa töten. Ich versteh' das grad halt legit echt nicht. Okay, da lebt jetzt noch einer. Oder er muss, oder er bedeutet, dass ich muss hoch. Ne, da ist er. Ach du Spast. Ich hasse dieses Vieh, ich hasse Drohnen, die treff' ich immer nicht. Nice. Wie, das ist der falsche Bosa, oder wie, das ist ein Dementi-Bosa? Warte, was muss ich töten? Ich taube kurz raus, sorry, deshalb seht ihr da grad nix. Ähm, 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 ähm. Ich tu mir grad echt leid für euch. Hey, ich hab da jetzt wieder einen Bosa. Dementi-Bosa. Da steht, ich muss Dementi-Bosa töten. Das war einer. Aber ich kann theoretisch eigentlich ultra lange hier einfach stayen. Weil jetzt sind schon zwei gespawned. Ich muss einfach nur warten, bis die alle in einer Mission spawnen. Falls sie denn zählen. Vielleicht hat der jetzt gezählt und der letzte nicht, weil ich den letzten gehackt habe. Dann lass ich das. Holy shit, ich hab den nicht getroffen. Mann, wo ist der? Äh, äh. Mein Warfarm ist stark. Danke für diesen unglaublich hilfreichen Kommentar. Dass ich jetzt seit dem Update mit mir selber rede, finde ich so ein bisschen un... Also... Wie, da ist noch einer hinter mir. Hör auf. Hau ab. Läuft der Alarm noch? Der Alarm läuft noch. So, ich hab jetzt zwei Dementi-Bosas getötet und sie haben, glaube ich, beide nicht... Obwohl, ich... Gut, beim zweiten weiß ich es nicht. Da hab ich gegoogelt. Hä, wo ist denn der letzte, der mir hier fehlt? Holi, warum hat er sich da drin versteckt? Wozu sollte man das machen? Nerv nicht. Holi, das... Ich hab nicht getroffen. Mir ist aufgefallen, wie oft ich zur Zeit Holi sage. Tschüss. Drecksdrohne. Komm, komm, noch ein Bursa wäre nice. Ich glaube, ich wash jetzt hier einfach durch. Ich glaube, es kommt keiner mehr. Wie, es können höchstens noch fünf sein. Warum gibst du mir diesen Call? Wir sind hoffentlich gleich an der... ...Dingster-Booms, ob irgendwie einer von den beiden gezählt hat. Also, wenn ich auch nur einer gezählt hätte, dann gehe ich nur um in dieselbe Mission, glaube ich. Wie geil, das ist noch einer gespawnt. Aber das ist jetzt ein... Ach so, das ist jetzt ein falscher. Das ist jetzt ein Viehtreibender. Ich muss jetzt nicht nur fucking Bursas jagen, sondern auch noch die richtigen Bursas. Und wo ist der letzte... Da. Wo ist jetzt der Ausgang? Jetzt wollt ihr mir jetzt ernsthaft wieder auf die Art verarschen, dass ihr mir nicht sagt, wo der Ausgang ist? Muss ich hier runter? Ich hoffe, ich muss hier runter. Ja, nice. Ich habe Ultra... Also, für die, die mich noch nicht kennen, ich habe Ultraschwierigkeiten, Ausgänge in diesem Spiel zu finden. Und unbedingt bitte in die Kommentare schreiben, was dieser Stern da war, den wir eingesammelt haben. Aber jetzt muss ich nach oben. Das ist jetzt... Also, dass ich Bursas jagen... Oh shit, 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 shit. Fuck. Dass ich Bursas jagen muss und auch noch die richtigen... Das ist crazy. Das ist echt crazy. Hayatan, Zuan-Stern. Keine Ahnung, was das ist. Also wirklich nicht. Jetzt habe ich... Ah, da ist er wieder. Um ein Hayatan zu einstellen. Ja, ich habe einen bekommen. Gibt es... Gibt es Korpus, Verteidigungsmissionen hier, irgendeine einfache? Abfang... Nee, Verteidigung, Stufe 20... Nee, aber Befallene. Überleben, Mobile Verteidigung, Korpus. Aber ich glaube, bei Mobile Verteidigung gibt es keine Alarme. Auslöschung, Sabotage... Obwohl, da gibt es auch keine. Ja, ich gehe wieder in diese Mission rein und hoffe... Wir hoffen jetzt einfach, dass viermal diese Drecks-Typs spawnen. Wie viele von denen muss ich nochmal töten? Da gucke ich erst nochmal ganz kurz auf Google. Fünf. Fünf Dementibursas. Ach ja. Einen haben wir. Wir haben einen. Ja, 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 ich arbeite dran. Ups. Den ersten Raum überrennen wir jetzt. Okay, nee, diesmal gibt es welche. So, und jetzt müssen wir Alarmhaus lösen. Komm, komm, komm. Löst Alarm. Gut, du löst jetzt offensichtlich nicht Alarmhaus. Du graust nicht hier an. Komm schon, irgendjemand muss doch jetzt den Alarm... Er, 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 er macht's. Okay, dann kann ich jetzt die anderen töten. ZAAAACK! ZAAACK! ZAAACK! Das war vielleicht nicht die intelligenteste Idee. Warte, ich muss erst zurück, oder wie? Warte, warte, warte. Da ist irgendjemand. Ich hab irgendjemand wieder vergessen. Ich hab nicht getroffen. Holy shit, bin ich bad. Ein nicht bewegliches Ziel gemisst. Oh man, nee, dieses Streck-Strone. Ey, das ist echt verschiedene von diesen Viechern, gewusst ich nicht. Hab ich den getötet? Nice. Nee, doch, das ist meiner. Mann, jetzt spawnen endlich. Du musst doch deine Korpus beschützen. Holy shit. Sack, ihr Opfer. Holt euren Freund her, dann hör ich auf. Das ist kein Scherz, ja? Wo ist denn der le... Da unten. Wo stellst du dich hin? Oh mein Gott, ich hab schon wieder gemi... Ich habe gestern das Spiel die Zwerge gekauft, also The Dwarfs, das neue Rollenspiel da. Und, ähm, ich weiß definitiv, was ich in den Weihnachtsferien mache. Wo ist denn die letzte Einheit? Die soll angeblich genau hier sein, aber da ist sie nicht. Ist sie obendrauf? Ihr müsst euch das Spiel mal angucken, dann... Also ich konnte es bisher noch nicht anspielen, aber ich hab mir das Artbook angeguckt und... Hä? Was ist denn die Einheit? Da hinten? Oh, ein Boser. Aber es ist wieder der Falsche. Okay, wie auch immer. Also ich hab mir halt das Artbook angehört und den... äh, angeguckt und den Soundtrack angehört. Und... bisher hat's mir echt ultra gefallen. So, das ist eh der Falsche, dann kann ich den eigentlich auch hacken. So, das ist ja... Das kann sich ja lohnen vielleicht. Zählt der da jetzt als... als Tötung? Oder wo ist die Einheit? Da ist die Dreckseinheit. Bin ich direkt mal vorbegerollt? Wie auch immer. Also ja, die Zwerge. Gekauft. Bam. Der hat auch einen getötet. Ähm. Ich frag mich, ob ich das auf YouTube letztplanen soll oder ob ich das so aufnehmen soll und dann so best-of schneiden. Ich hätte auf beides eigentlich Bock. Falls irgendjemand noch hier zuguckt und darüber eine Meinung hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm. Ja, mal sehen, was ich dann mache. Also ich schätze erstmal, ich nehm's auf. Und dann guck ich weiter. Ähm. Was ich mich halt auch frage, wenn ich das... Also das ist, glaube ich, gar nicht so bad von der Grafik her. Und ich weiß nicht, ob mein Computer das aufnehmen kann und auch voller Grafik spielen kann. Und das ist mir dann erstmal wichtiger. Also mir ist die volle Grafik immer erstmal wichtiger, als dass ich's aufnehmen kann. Weil ich, das spiel ich ja dann tatsächlich... Ne, 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 ich auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das ist so gerade dringend gewesen, dass ich da aufräumen wollte. Ähm. Wie auch immer. Also mir ist erstmal wichtig, dass ich's auf vollster Grafik spielen kann. Da ich das ja jetzt erstmal genießen will, das Spiel. Und danach erst, ob ich's aufnehmen kann. Und definitiv könnte ich das machen, wenn ich meinen, ähm, Computer geupgradet habe. Aber das hab ich noch nicht getan. Das will ich erst im Januar machen. Und da frage ich mich, ob ich dann vielleicht noch bis dahin warten soll. Aber vielleicht hab ich dann nicht mehr die Zeit. Weil dann, ja, meine Ferien vorbei sind. Ganz schwierig für mich gerade. Ganz schwierig. Dann auch noch dieser Weihnachtsstress. Also ich hab jetzt tatsächlich nur Stress, weil ich Geschenke suchen muss für andere Leute. Ich finde diese Geschenkidee super anstrengend, dass man Leuten was schenken muss. Ich finde an Weihnachten irgendwie der Part, das finde ich ultra overused so. Das ist doch holy shit. Geiler, geiler Jump von mir. So. Muss ich jetzt hier erstmal den Lockdown ausschalten? Oder wo ist denn hier die letzte Einheit? Drecksfähig. Richtiges Drecksfähig. Schon wieder. Aber die Map ist die ist nice. Ist das eine andere? Die ist gestorben, oder wie? Ach, okay. Ich will einen richtigen, Bursa. Kommt schon. So, jetzt Lockdown ausschalten. Schild anschalten. Und weiter geht's. Okay. Keine Ahnung. Es fehlen halt nur noch sieben Einheiten. Das ist unwahrscheinlich, dass mir noch ein richtiger spawnt. Das ist ultra bad. Ich habe ja so viele Ficker da getötet und es waren immer die falschen. Labern nicht und kommen runter, verdammt. Schön ins Knie geschossen. Man sagt auch ins Knie gefickt, aber mit einem Pfeil halt. Hm, vielleicht sagt man das auch nicht. Ja! Den habe ich. Wo bist du hin? Da bist du hin. So, jetzt habe ich alle. Oh, ist Bond safe keiner mehr. Bullshit Game, Bullshit. Okay. Das ist schade. Sad. Wie Donald Trump sagen würde, sad. Sad. Das muss ich echt üben. Das finde ich ultra lustig. Sad. Ja. In dem Sinne, es ist kein Bursa mehr gespawnt. Kein richtiger. Wir haben eigentlich genug Bursa getötet. Das war... Ich lese die alle. Sind ja auch nicht so viele. Und sonst, wenn ihr mehr sehen wollt und es noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das wird entweder Samstag sein, nächste Woche, oder Donnerstag. Je nachdem, ob ich es schaffe, genug aufzunehmen. Da ich ab nächster Woche keine Zeit mehr habe. Ähm, ja. Sia. Michi mit ein paar Internet-Memes. Die Zeit ist lustig. Vielen Dank.